Und da sind wir schon beim Endspurt in Richtung 4. Advent und Wochenende. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen heute zur Brasanzsendung. Wir beginnen die Sendung heute mit einem Blick von oben auf den Schauplatz einer Tragödie. Was sie hier hat. Nun ist die Frage, was diese gewaltige Zerstörung in Kalbe, einem Ort zwischen Bremen und Hamburg, ausgelöst haben kann. Wir kommen zu einer Meldung, die jeden aufschrecken lässt. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute gesagt. Zum ersten Mal steht nämlich ein Kind unter Verdacht, Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Das klingt wie ein irrsinniger, unvorstellbarer Plan. Ein zwölfjähriger Deutsch-Iraker soll versucht haben, einen selbst gebastelten Sprengsatz auf einem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu deponieren, damit er dort dann explodiert. Wie kommt ein Kind auf eine solche Idee? Bestimmt nicht allein. Vermutlich ist er beeinflusst und angeleitet worden. Auch in diese Richtung gehen jetzt die Untersuchungen. Ein Fall für die Gesellschaft ist es in jedem Fall. Uns beschäftigt heute noch ein brutaler Diebstahlversuch und ziemlich viel Mut von Augenzeugen. In Kassel ist das passiert. Da haben Maskierte in einem Lkw einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen. Jetzt fürchten die, die das beobachtet haben, um ihre Sicherheit. Denn die Diebe sind skrupellos auch gegen sie vorgegangen. Wir schauen auf ein großes Thema dieser Tage, das wir sicherlich mitnehmen ins neue Jahr. Mobbing im Alltag. Ein Politiker tritt zurück, weil der Hass zu groß wird. Darüber haben wir gestern berichtet in der Sendung. Polizisten und Sanitäter beklagen schon länger zunehmende Gewalt während ihrer Arbeit. Aber woher kommt das alles? Wo liegen die Ursachen? Und was muss sich ändern? Wir haben hier in der Zwischenzeit so ein bisschen dekoriert. Wir wollen jetzt nicht das Bresant-Studio dämmen. Nein, womit sich Politik so alles befasst. Darum geht es. Heute ging es im Bundesrat nämlich um eine Initiative zum Thema genau Styropor. So hochspannend kann Dämmmaterial sein. Beides hier, was ich hier stehen habe, sieht ja ziemlich ähnlich aus. Aber jetzt kommt der Unterschied. Das hier, das ist das Verpackungsmaterial. Das dürfen Sie nämlich zu Hause gerne in die gelbe Tonne werfen. Und das ist gar kein Problem. Weihnachten sehen Sie es wahrscheinlich wieder, wenn Sie einen Topf auspacken. Und das hier, das ist das andere. Das ist das Baumaterial. Das ist das, das mit einem giftigen Brandschutzmittel beschichtet ist. Und deshalb muss es seit einigen Monaten als Sondermüll entsorgt werden. Das ist teuer und das ist wahnsinnig kompliziert. Und deshalb war heute die Politik gefragt, etwas daran zu ändern. Und tatsächlich wurde das Gesetz jetzt gekippt, zumindest für ein Jahr. Auch wir müssen jetzt aufpassen, wohin wir das jetzt bringen dürfen. Ja, und solche Bilder, die landen heute alle im Internet. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Was waren die Renner in diesem Jahr im Netz? Zum Beispiel sie, eine Frau, kauft sich eine Maske von einer Star-Wars-Figur und wird dann mit einem Lachkrampf zum Internet-Hit des Jahres. Dann die Olympischen Spiele in Rio. Ganz weit vorn wurde ganz viel geklickt und gesucht. Und Großbritannien im Brexit-Wahnsinn, auch ein Riesenthema. Und auch der designierte US-Präsident Donald Trump ist ein Klickstar in diesem Jahr. Wer noch so gesucht wurde, gemocht und bestaunt, hier sind Sie. Die Internet-Hits des Jahres 2016. Bisschen 2016 haben wir ja noch und auch große Gefühle jetzt. Prinz Harry macht mal wieder Schlagzeilen. Und diesmal musste er dafür nicht auf eine Party nach Las Vegas fahren. Endlich hat die britische Presse mal wieder ein Thema, über das sich leichter und erfreulicher spekulieren lässt, so kurz vor Weihnachten als über den Brexit. Prinz Harry hat sich einen Weihnachtsbaum gekauft. Und nicht nur das, er war im Theater. Aber jetzt kommt es eben mit seiner neuen Liebe. Warum es diesmal ernst werden könnte und was die Queen jetzt von ihm erwarten könnte, wir schauen mal auf das neue Glamour-Paar im Hochadel, das am liebsten gar keins sein möchte. Na, das wird ja noch spannend im nächsten Jahr bei den britischen Royals. Kronprinzessin Viktoria, die ist gerade auf Reisen und hat ein interessantes Bild geschickt. Wenn das nicht Ärger zu Hause gibt bei den schwedischen Fußballfans, das ist sie. Viktoria von Schweden hat sich da als Fan von AS Rom geoutet und spielt in Zukunft, wir sehen es, Trikot Nummer 1. Den richtigen Segen von oben gab es bei ihrer Italienreise dann auch noch inklusive royaler Gesangseinlage. Also da geht auch die Familienzeit los. Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft sagt heute, Schlager ist super, dazu kann man perfekt feiern. Die Schlagerfans, die werden immer jünger. Und wie jung und lässig diese Musik sein kann und wie sympathisch, das zeigt auch die Band Feuerherz. Früher, da gab es ja Take That, heute gibt es die Boygroups eben auch im Schlager. Und diese hier, die hat gerade ganz viel Erfolg und nebenbei sind das richtig nette Jungs. Ja, wir sorgen heute schon für die Weihnachtsstimmung. Wir haben noch ein Herz in Flammen. Wenn man in Hollywood etwas zu feiern hat und die ganze Familie mitbringt, dann heißt das meist, dass es eine öffentliche Liebeserklärung wird. Aber warum nicht auch mal bei den Liebsten so Danke sagen. Wir haben noch ein bisschen Musik. Bisschen anders. Ein paar fröhliche Finnen, die gerade mit ziemlich lustigen Kopfbedeckungen das Internet erobern. Steven Seagulls heißen sie. Mit ihren Neuinterpretationen von Musikklassikern, unter anderem von ACDC, haben sie Millionen Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Und nach ihrer US-Tour sind sie jetzt auch in Deutschland. Das sind ziemlich witzige Jungs, sehen Sie da. Nicht nur, wenn Sie mit dem Rasenmäher unterwegs sind. Ja, und Spaß machen soll auch Ihre Musik. Dankeschön, ist ein gutes Stichwort. Da schließe ich mich an. Leider ist mein Finish sehr schlecht. Im Namen des ganzen Brisant-Teams wünschen wir Ihnen nämlich einen ganz wunderbaren 4. Advent. Genießen Sie die Zeit. Ab Montag begleitet Sie dann Camilla Senjo durch die nächste Woche. Und von mir einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.